Ich mach jetzt schon die vierten Parten-Folge und das wird erst mal der letzte in Folge sein. Jetzt den 6. habe ich zerteilt und 25 habe ich den kleinen Slime reingebracht. Hier muss ich erstmal mein Inventar mitnehmen. Zwei Knochen weg, vier Pfeile weg, elf Filze weg, ein Auge weg, ein Holz weg, hier ein bisschen Holz. So, das kann ich halt schon mal wegfahren. Jetzt muss ich mal das Inventar mit irgendeinem Lernen, damit ich auf die nächste Erkundungsweise gehen kann. Granit brauche ich nicht. Brauche ich sonst noch nicht. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Brot muss ich mitnehmen. Weizen lassen wir hier. Reichen was lass ich aufziehen. Ich habe hier 54 geholfen. Brauche ich diese vier Sekten Erde nicht. Den String brauche ich auch nicht. Bei den Samen brauche ich auch nicht. Und die 14 Schießpulver, die ich hatte bei unten in der Zeit. Da habe ich da noch ein bisschen nach hart. Und angefangen ein Schießpulver-Stack. Es ist echt. Hier war ja den hier. Sechsten Stück. Da kann ich ja drei TNT rausmachen. Mit dem Sandstein. Aber jetzt muss ich ja. Aber jetzt muss ich ja. Ich muss ja auch wieder schon mal ein bisschen aufhören. Aushöhlen. Ne, hier haben wir mal verständlich. Oh ja, noch irgendwo drin. Ja, hier hier. Ich brauche nur 16. Steck hier. So. Wenn wir hier eins block frei kriegen. Und jetzt erstmal wieder ein Steckfackeln machen. So. Wo sind die da? Das Glas brauche ich jetzt einfach nicht. Dann schackeln da. Vielleicht machen wir die Dinge mit. Aber das Glas soll weg sein. Die Äpfel nehme ich auch mal mit. Oh, ich habe keine Tür nehmen. Nichts jetzt. 17 Brote und 5 Steaks. Die brauche ich auch nicht. Diese 8 Dinger. Jetzt ab zur Pyramide. Jetzt nochmal mit einem weiteren Steckfackeln. So sieht die Pyramide gut genug ausleuchten kann. Und wird da keine Monster mehr drin spawnen. Weil da spawnt ja immer noch was drin. Aber nicht nur so viel. Wie ihr seht hier. Ein Zombies. Oder nach. Also nach vorne gewartet. Aber es scheint nicht so gefährlich zu sein, wie bei der Markenanwalt. Denn wir sehen. Designer selber. Jetzt etwa nehmen wir den Sandstein hin. den Boden. Damit auch das gleiche Material wie. Und die Werkbank weg. wird da. Werde ich nur benutzen. Werde ich nur benutzen. Na. Gebaut. Also ich brauche sehr viel Sandstein hin. Das ist das letzte Sandstein was ich habe. Reicht die Dienstlicht damit aus. Reicht ihm. Wie dieses Bisschen hier aus. Hier noch diese dunklen Gebiete noch ein bisschen mehr erhöhen. Damit hier erstmal nichts mehr spawnen. Weil die spawnen nämlich immer noch was. So. Ich muss jetzt die Äpfel verzehren. Da habe ich jetzt noch ein Slot wieder mehr frei. Und die Fackeln müssen so jetzt noch reichen. Kraft den Kleber könnte ich immer mitnehmen. Dann schaue ich jetzt wieder mitnehmen. Dann kann ich ein bisschen. Dann kann ich ein bisschen. Ich hoffe das Slime ist weg. Ja das Slime ist weg. Und jetzt hier. Und jetzt hier. Ich spawnen hier. Und jetzt hier gespawnt habe ich auch tagsüber Slime. Sogar den Weg hier nach unten müssen es einfacher machen. Hm. Ich muss einfach mal einen besseren Weg gehen. In die Höhle rein würde ich hier. Damit ich zukünftig besser rein kann. In die Höhleneingang. In die Höhleneingang. In die Höhleneingänge. In die Höhleneingänge. Überschneingang. Lass mich wieder schaufeln. Hm. Da fanden wir einen Fehler gemacht. Da müssen wir noch einer höher. den Eingang hier ein bisschen besser machen, nicht so verwinkelt. Das sieht schon ein bisschen schöner aus. Nackt! Ich weiß auch nicht, wie hier Slimes hier oben... Hier war es euer Tagsüber und es waren da keine Fackeln drin. Also eigentlich sollten wir hier keine Slimes spawnen. Aber es war ja eigentlich ganz gut, dass ein Slimes spawned. Jetzt mal hier runter bauen. Zack! Jetzt habe ich den besseren Höhleneingang. Na, diesen... Falsch! Ich muss hier stattdessen hier hinsetzen. Ich darf rein. Weil der Eingang, der war ja vorher so verwinkelt, aber jetzt ist es ja schon mal ein bisschen besser. Ja! Es ist dunkel drauf, ne? Ich glaube, es wird dunkel drauf, ne? Wir haben ihn weg. Dann ist der Eingang schon mal wirklich perfekt. Jetzt... Jetzt... ... hat sich der Eingang wieder schön geebnet. Fackel, 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 fackel... Hmmmm... Das sieht noch ein bisschen mehr aus. Ich bin jetzt bei 8 Minuten. Jetzt habe ich jetzt einen Mond... Halbmond. Das ist jetzt halbmond. Dann dürfen wir jetzt etwas mehr Slimes spawnen, aber was man voll sicher im Mond hat. Ich leuchte jetzt immer hier und um mein Haus noch ein bisschen mehr aus. Mit hier... Nachts keine Monster spawnen. Es ist ja gerade Nacht geworden. Hier in der... ... nähereren Umgebung meines Hauses keine Monsters spawnen. Jetzt erstmal hier alles schön ausleuchten. Hier ist ein Lavasee, da brauch ich nicht ausleuchten. Nicht gehegeln. Jetzt kann man hier... ... in den Ecken der Gehege... ... und mal hier hin. Also einiges an Fackel verbrauchen natürlich. Aber das ist ja extrem viel hell. Also das ist ja extrem viel hell, wenn es nachts ist. Hmmmm... Das hat mir zumindest ein bisschen Erfahrung gegeben. Aber ich brauch denn Leder und drei Papier. Hmmmm... Ich kann wirklich umbeten... ... Zum Karten es ja einfach um... ... zugehörer... ... Ah, ich kann dasktieren... ... einfach um... ... bis zum K والm Emeritus... ... äh .. ... dasktiert... ... da hinten fiel... ... sondern fiel... ... fiel hur... ... ... bis zum K. ... bis zum K. ... bis zum K. ... Na, aber mit der Schenz... ... So, ich habe ja auch keine Pfeile mehr, ich habe einen aber einfach so fallen gelassen. Es braucht ja auch was. Wo ist denn der andere Pfeil hin? Der ist doch hier unter Wasser gegangen. Scheint ja einfach spurlos verschwunden zu sein. Aber da vorne ist Zuckerrohr. Da ist dieses Cobblestone gesiegt. Da will ich ja auch noch den Zimmer kunden. Das muss ich voll machen. Umso voll ist mein Inventar. Relativ leer. Dann geht es jetzt mal weiter. Wie Zombies waren. Ich muss eingangs hier besonders mit Fackeln markieren. Das war jetzt ein Skelett. Das war jetzt noch so unterirdisch. Am Graben. Oh, ich finde hier keine Zombie-Geräusche mehr. Das ist ja kein Dungeon. Okay, hier muss man direkt wieder hoch. Sind die Monster? Hier nicht. Es gibt kaum Monster. Critical Hit. Skelette. Das wäre gut, wenn man ein Skelett-Dungeon finden würde. Würde ich das erstmal zu einer Pfeile und Knochen haben. Weil die sind nämlich beide nützlich. Eine Pfeile braucht man... Da gibt es ja auch die nützliche Verzauberung Infinity. Also Unendlichkeit. Dann werden die Pfeile nicht aufgebraucht. Der Bogen nutzt sich zwar noch mal ab, aber... Es werden keine Pfeile abgezogen. Bei Nutzung. Na, hier könnt ihr noch... Was spawnen. Wir spawnen auch schon wieder ein Skelett. Und die Fackeln sind auch gegangen. Das nächste Skelett wird mir vorknüpfen. Die Schneiden töten. Die Schneiden töten. Ah, Schneiden schwimmen ja deswegen. Es ist gewohnt, warum das Schneider Oma war immer. Und sonst wäre noch ein Monster. Die Nahumgebung ist in meinen Haus ausgeleuchtet. Viele Kühle, da kann ich gekannt werden. Weizen habe ich leider keinen... Keinen Effekt. Aber jetzt sind wir also... Ich kann also erstmal wieder... Paaren. Oder ist mir das Weizen? Hier war ich Weizen, Weizen, Weizen. Ich bin schon oben ein bisschen gepackt. Und hier ist Weizen. Ich kann erstmal hier... Zwei Kühe umbringen. Zwei Kühe muss ich umbringen. Jetzt wieder die... Tarenlatten. Hier haben wir alle... Hergestellt. Damit ich hier in Leder rankommen kann. Leder. Und was brauche ich denn noch? Also Obsidian brauche ich noch. Lava Bucket. Obsidian brauche ich ja noch um... Lava. Lava. Den Lava einfach nehmen wir mit. Dafür brauche ich zum Beispiel die... zwei Korbels, die ich mitnehmen. Das nehme ich denn sonst nicht mit. Knochen brauche ich auch nicht. Der Frau hin nicht. Und das mit dem hohen Rindfleisch pack ich auch erstmal rein. Ich habe nämlich erstmal Steaks. Nur fünf Steaks. Lecker. Bogen habe ich auch. Zwei Pfeile muss ich auch umtauschen so. Zwei Pfeile. Was kann ich noch wegschmeißen? Aber erstmal wegpacken. Das sind Leder. La Leder nehmen. Die schmeißen weg. Das sind ein Kohlestück. Ich will hier mit den Augen erstmal verbraten. Mit den Fackeln. Und um ob ich Slime spawnen. Wo wir gespawnt sind. Oh, da ist ein Slime. Da ist ein mittelgroßer Slime. Wo kann ich dann einfach so Slime fahren? Wenn ich die Nächte durchbringe. Hier. Noch ein Kripper. Oh gut. Hier ist ein richtiger Monster angreifst. Auch in den letzten Teilen. Ich weiß auch nicht warum ich... Ach, nicht explodiert. Mit dem Steinschwert brauche ich vier Schläge. Hier. Also ohne Critical Hits. Bei Critical Hits. Dann ist natürlich der Schaden höher. Da ist ein Schaf. Fähre leider nicht dabei. Aber vielleicht könnte ich auch mal automatisierte... Farmbaum. Weil ich hier ein paar Schleichenbälle habe. Da werden wir hin. Fünf. Fünf. Da sind noch sechs. Da sind jetzt elf. Jetzt ist wieder Tarn. Und... Da oben habe ich nichts gebrennt. Da habe ich die Sandpower drinne. Und da Sandpower drinne. 19 wird es schon. Also das lohnt sich eigentlich. Hier die ganzen Creeper jetzt nicht jagen. Und hier lohnt sich das. Hier wollten wir ja noch... Obsidian machen. Hier war ja dann Lava. Ich will ja noch ein wenig Obsidian machen. Damit sich hier erstmal dann gleich... Oder später eine... Mh... Einen Schaf wenn Table bauen kann. Mh... Also das ist ein Zauberbuch. Mh... Niemals Wasser. Das ist eigentlich... Mh... Dann kann man auch Obsidian Blöcke machen. Da braucht es nicht genau so viel. Ich könnte es hier nochmal einsetzen. So dann ist immer noch nicht die ganze Lava weg. Aber... Ich kann erstmal dann Obsidian. Ich brauche dann auch Obsidian machen. Mh... Was ist denn? Mh... 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 Und erstmal muss ich dann unten noch eine Riamatten graben. Mh... 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 Mh...